So, wir sind noch voll im Broll. Die Beißphase kommt noch. Wir machen jetzt erst mal Frühstück. Wie riecht das, oder? Toter Fisch. Ich sag mal nix. Michi hat schon ein paar Würfe hinter mich. Siehst aus. Du musst bedenken, michi, um die Kamera gerade zu halten, steht das so hier, um mich zu quillen. Guck mal mal, ob der mich erreicht hat, ne? Er hat gesagt, heute gibt es Fisch. Heute gibt es Fisch, hat er gesagt. Ja, ich würde sagen, ich habe es komplett verkackt. Was soll das denn, bitte? Wow. Tageszielerei. Ein dicker, fetter Schwarzbarsch. Aber ich bin noch nicht fertig. Gehen wir mal ins Wasser. Man soll ja immer leise sein, aber ist das totaler Quatsch, weil die Schallfelder gerade ins Wasser reingehen. Man darf noch nicht so trappen. Ja, okay. Man darf noch nicht so trappen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020